Vor 85 Jahren, d.h. in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, organisierte das nationalsozialistische Regime Gewaltmaßnahmen gegen Juden in Deutschland. Gegenwärtig scheint der Antisemitismus wieder Auftrieb zu erhalten. Unser Vizekanzler Habeck hat dazu die passende Ansprache gehalten. Über den Link im H5P-Video könnt ihr seine Worte nachlesen oder anhören. 2022 hat das ZDF ein Video in der Terra X-Reihe veröffentlicht. Dieses Material ist mit der passenden CC BY Lizenz 4.0 freigegeben, sodass es jeder für die Bildung und Weiterbildung nutzen kann, der sich an die Lizenz hält. Ich nutze es nicht nur, um die Erinnerung an einen der dunkelsten Tage in der deutschen Geschichte zu erinnern, sondern auch, um die Möglichkeiten zu zeigen, welche es für die Bildung gibt, wenn man Technologie und künstliche Intelligenz einsetzt, um vorhandene Materialien für deutsche Muttersprachler und für Menschen, welche Deutsch als Fremdsprache sprechen, bereitzustellen. Unten im Bild seht ihr die Bedienelemente für interaktive Videos. An den Stellen mit Punkten und Kreisen hält das Video an, damit ihr weitere Quellen aufsuchen könnt oder in einem Quiz die Fragen zu den vorangegangenen Szenen beantwortet. Wer zugehört hat, wird damit kein Problem haben. Doch jetzt startet das Video vom ZDF. Kritische Beamte werden aus dem Dienst entlassen. Die Gewerkschaften aufgelöst und alle politischen Parteien bis auf die NSDAP verboten. Deutschland wird gleichgeschaltet. Die Nationalsozialisten bringen Presse und Rundfunk unter ihre Kontrolle. Es gibt eine vorabseilende Gehorsam, wo Leute schon den Nazis zuarbeiten, sozusagen. Sie wissen, was gewünscht wird und sie tun das, also gegen diesen jüdischen Nachbarn, Kollegen und Kolleginnen, bevor es überhaupt einen Befehl dazu gibt. Dieser Krieg findet in einer Gewalttätigkeit statt, die das natürlich mit Massakern, mit Gewaltaktionen von vornherein, ist das Bestandteil dieses Krieges. Im Rücken der Front beginnen sogenannte Einsatzgruppen sofort mit Massakern an der jüdischen Bevölkerung. Ab Kriegsbeginn 1939 errichten die Nationalsozialisten in Deutschland und in besetzten Gebieten etwa 1000 Lager, in denen Menschen eingesperrt, ausgebeutet und getötet werden. Die Nürnberger Gesetze teilen die Deutschen in Reichsbürger und bloße Staatsangehörige mit minderen Rechten ein. Wer als Jude gilt, kann nicht Reichsbürger sein und kein öffentliches Amt ausüben. Ich kann keine Gruppe verfolgen, ohne zu definieren, wer diese Gruppe ist. Und das ist die gesetzliche Grundlage für alle diese Verordnungen und Gesetze. Und natürlich auch später für die Deportation und Vernichtung. Und das ist ja ein Punkt, das ist eine Definition von außen. Wir sagen, was du bist. Und zwar letztlich damit ja festgelegt auch, aufgrund von Herkunft, als Blut. Das Blutschutzgesetz verbietet die Heirat zwischen jüdischen und nichtjüdischen Deutschen. Wer dagegen verstößt, wird mit Gefängnis bestraft. Ich bin ein deutsches Mädchen und habe mich vom Juden schänden lassen, steht dann auf dem Schild, was diese Frau tragen muss. Und das ist natürlich genau das in der Definition über Blut, über Herkunft, die Mischung von jüdischem und deutschem Blut. Es gibt kein jüdisches, kein christliches, kein muslimisches Blut. Es gibt nur menschliches Blut. Da es keine wissenschaftlichen Mittel gibt, Menschen als jüdisch zu definieren, machen die Nationalsozialisten die Glaubenszugehörigkeit zum entscheidenden Kriterium. Sogenannter Volljude ist, wer von mindestens drei jüdischen Großeltern abstammt. Als Jude gilt auch, wer zwar keine jüdischen Großeltern hat, aber einer jüdischen Gemeinde angehört. Menschen mit nur einem oder zwei jüdischen Großeltern werden zum Mischling ersten oder zweiten Grades erklärt. Menschen mit nur einem oder zwei jüdischen Großeltern